So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, beziehungsweise das Ausbeute-Video vom Community Day, kommt heute ziemlich spät, das hat einen Grund, denn wenn wir mal die Kamera rumdrehen, dann sehen wir hier auf dem Sofa, da ist doch Scheinux, doch spielt grad, da ist Sandra, da ist Jonas, da sieht man ein frisch geduschtes Mädchen, denn das macht sich grad essen und zieh die Hose hoch, perfekt. So, jetzt haben wir aber wieder hier, der Silvio hat ja gesagt, er will vorbeikommen zum Sea Day und er will mit mir den Sea Day spielen und wir können dann ja noch essen gehen und es kommen auch noch zwei Kollegen von ihm, hab ich so verstanden, so gedacht irgendwie, dass Leute, mit denen er so immer rumhängt, dass die halt, er die gleich mitbringt im Auto, aber die gehen dann ins Hotel und er kommt hierher, wir treffen die erst dann und morgen ist ja der Kyoko Raid Day von Brodo Kyoko und dass die unterstützen und wir zusammen dann eben versuchen, da ein paar Raids zu machen. Wie genau wir das machen, wissen wir noch nicht, das seht ihr morgen, auf jeden Fall wird es ab 14 Uhr einen Stream geben, dass wir im Stream zusammen versuchen, Kyoko Raids zu machen. Jede Unterstützung ist gut und jetzt bin ich heute zum Sea Day, da hingefahren, zum Englischen Garten und dann kam er raus. Die sind ja gar nicht von ihm, die sind ja auch nochmal 200 Kilometer irgendwie weg und dann aber hierher und man kennt sie aber und da steht da plötzlich einfach der Stefan Landei. Ja, was war da denn los? Mit Dame, mit Anhang, deswegen alle zusammen dann essen. Ich kann mal kurz hier ein Bild zeigen vom Essen. Das ist die gute Diabolo, ne, die Diabolo war ja die hässliche. Das ist die gute Pizza Schaf, die wir gegessen haben. Der Silvio hatte die gehabt, ich habe die gehabt, wir waren voll zufrieden. Weil er noch Hunger hatte, gab es noch eine Pizza Diabolo hinterher, eine kleine fette Oliven drauf, aber irgendwie fettig und nicht so scharf. Also die war tausendmal besser. Dann schnell hier Jonas über den ganzen Markt getragen und zurück zum Auto und jetzt sind wir theoretisch gerade frisch zur Tür rein. Das ist halt ziemlich spät, weil wir so lange beim Essen gesessen haben. Heute war aber der Flamjau-Sea-Day. Ich muss für die Spezialforschung hier drüben sogar noch was abholen. Und zwar diese allerletzte Belohnung, wo das fertig entwickelte Fueco drin war. Das ist vorhin beim ersten Ball nicht drin geblieben. Ich habe gesagt, ich mache Schnellfangtrick. Wenn es drin bleibt, bleibt es drin. Wenn es nicht drin bleibt, dann hole ich es im Ausbeute-Video ab. Ich habe wieder die 1-Euro-Forschung gesponsort bekommen. Diesmal vom Chefe24. Deswegen hatte ich dieses Ticket. Deswegen habe ich in den Aufgaben auch dieses Fueco drin gehabt. Es ist sogar das größte und schwerste, was ich habe. Ist aber gefühlt auch, glaube ich, das einzigste Fueco, was ich habe. Bis auf das Scheini, was ich vorhin entwickelt habe. Ist also nicht so schwer. Wir bewerten es mal. Es hat drei Sterne. Das ist gut verteilt. Hat auch Lua-Kanonade gefangen aus der Spezialforschung. Das passt. Danke nochmal also an Chefe für das Ticket. Ich finde, das 1-Euro-Ticket lohnt sich sowieso immer. Wir haben viele Level-Ups gemacht. Das habt ihr im Stream vielleicht gesehen. 14 bis 15 Uhr. Und das eine Glücksei, was ich verbraucht habe, habe ich ja durch die Forschung auch wieder reinbekommen. Wie war jetzt aber die Ausbeute? Was haben wir jetzt gemacht? Erstmal kann ich ja Flamjau eingeben und sehe, ich habe 245 Flamjau heute gefangen. Das waren aber theoretisch nicht alle. Mein Beutel war nämlich voll zwischendurch bei 1.000. Ich habe den dann nochmal um 50 erweitert, habe aber auch 50 verschickt. Also ich habe vielleicht ca. 300 Flamjau vielleicht gefangen. Haben wir ein 100%iges Flamjau dabei? Wenn ich auf 4 Sterne gehe, das ist ja das Einzige, was ich immer bewerte, sehen wir, hier ist kein Flamjau aufgelistet. Es gab also kein 100%iges. Gab es was Großes? Wenn wir XXL eingeben, ist keins dabei. Geben wir XL ein, haben wir hier aber ein paar. Die können wir uns ja mal angucken. Die müsste ich vielleicht noch ein paar entwickeln, dann noch die Showcases setzen. Das ist ja noch möglich. Ich habe 106 XL Bonbons gemacht und 1808 normale Flamjau Bonbons. Ich habe keine Megaentwicklung angehabt, ich habe keine Bonbons geboostet. Ich habe nicht mit gelben Beeren gefangen. Das Go Plus hat viel gefangen und ich habe halt auch so ein bisschen was gemacht. Hier mal zwei Sterne dabei, das sieht ganz gut aus. Null Sterne, ein Stern, nochmal null, nochmal null. Null, das hat auch wieder zwei, viel Angriff. Paras ist egal und hier ein einsterniges mit 15 Angriff. Das sind die XL, die ich habe. Haben wir ein XXS. Ein XXS habe ich vorhin auf jeden Fall verschickt. Guckt mal, wie klein das ist. Aber es geht ja nicht um die kleinsten, es geht um die größten. Ah, die drückt doch nicht schon wieder auf die Tastatur. Guckt, wie klein das ist. Es geht nicht um die kleinsten, es geht um die größten. Deswegen, damit kann man eigentlich nichts machen. Aber ich gucke mir das halt immer gerne noch mit an. Ob da halt auch was kleines drin ist. Hier haben wir auch ein paar kleine, sogar ein kleines Mizunder. Die werden wir jetzt aber nicht bewerten. Die sind eigentlich egal. Und ihr wollt auch die Shinies sehen. Insgesamt habe ich sechs, sieben, acht. Acht Shinies bekommen. Das erste Shiny bei uns in der Gruppe war, glaube ich, direkt auch Silvio, der eins bekommen hat. Pupsi hat später eins bekommen. Ich habe als letztes eins bekommen. Da war es, glaube ich, schon 14.50 Uhr. Wir machen ja nochmal unser Battle. 14 bis 15 Uhr Stream. Wer kriegt das Erste? Wer kriegt das Letzte? Wer kriegt die meisten? Silvio hatte dann immer mehr als ich. Ich habe immer versucht, ein bisschen aufzuholen. Dann spätestens, als wir ab 15 Uhr dann am Esstisch gesessen haben, bei ihm liegt das Handy. Ein Shiny nach dem anderen reingekommen. Der hat, wie viel hast du insgesamt? 13, 14? Ich glaube, 13 oder 14 Shinies hat er gehabt und 5 oder 6 alleine beim Essen gefangen. Beim 16, 17. Das wird immer mehr. Selbst wenn er hier sitzt jetzt, steigert sich die Zahl immer noch. Jetzt sind es schon 18. Das fand ich auf jeden Fall cool. Das war lustig. Ich habe beim Essen ein einziges bekommen, nämlich das allerletzte hier. Dieses Flamjau mit WP12. Wir können die kurz bewerten. Das war das allererste, das ich für eine Aufgabe dann auch entwickelt habe. Das ist auch ein richtig kleines gewesen, kleines Level. Fueko in Shiny. Hat halt dann sozusagen eine weiße Maske. Ich finde ihn ja eh cool, weil der aussieht wie ein Wrestler. Der ist ja gar kein Kampftype. Das ist ja Feuer, Unlicht. Okay, okay, okay. Also Feuer, ja, Unlicht. Ich dachte immer, der ist Feuer, Kampf. Aber nee, das war ja hier Logok oder so. Das ist Feuer, Kampf. Ja, sieht aus wie ein Wrestler. Hat einen Gürtel. Können wir mal bewerten. Die Shinies, die ich jetzt habe. Null Sterne, Null Sterne. Einstern, 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 Null Sterne, Einstern, Einstern. Und das war es dann auch schon. Das Größte, was ich habe, ist hier diese 661er. Das werde ich jetzt noch einmal komplett durchentwickeln. Dass ich da das Fueko habe. Als Wrestler mit gleich hohem Level. Ich wusste vorher gar nicht, wie das Shiny aussieht. Ich war eigentlich positiv überrascht. Ich habe es mir einfach zeigen lassen vom Silvio. Ich habe gesagt, zeig mal her das Ding. Und dass der Weiß war. Weiß mit Rot. Fand ich ziemlich edel. Hat mir gut gefallen. Ich glaube aber, mir gefällt die normale Farbe von dem Fueko einfach nochmal besser. Normal komme ich ja dann auch immer heim. Es ist vor 17 Uhr, weil wir nur eine Stunde spielen. Hier sitzt zu Hause auch immer noch alles voll. Ich fange alles, was zu Hause hier sitzt, immer noch weg. Da ist ab und zu auch noch ein Shiny dabei, was dann noch direkt hier gefangen wird. Habe ich jetzt nicht, weil es ist 19.16 Uhr. Es ist kein Seeday mehr. Das Ding hat immer noch neue Kanonade. Ihr könnt also jetzt auch immer noch entwickeln. Auch 19 Uhr noch, wie man sieht. Und ja. War eine coole Runde. Hat Spaß gemacht. Ich habe wieder voll den Durchhänger gehabt. Ich bin so müde in letzter Zeit. Ich habe schon Schiss von morgen. Aber es war cool, einfach mal mit anderen Leuten auch zusammen zu spielen. Das Essen war gut. Hat richtig gut geschmeckt. Wir haben direkt zu Beginn des Seedays einen Stream gemacht. Ach, einen Raid gemacht. Einen Mega Despoder Raid. Wir haben am Ende des Streams einen Mega Despoder Raid gemacht. Wir haben nach dem Essen sogar noch ein Krypto-Raiku für Silvio gesucht. Haben das noch gemacht. Habe ich dann mit einem anderen Account, weil ich hatte keine Pässe mehr. Und ein zweites Krypto-Raiku daneben haben wir auch noch gemacht. Hat sich also gelohnt. Ich denke mal, die Leute waren auch zufrieden. Silvio hat es hoffentlich Spaß gemacht. Er hat eine gute Ausbeute. 19 Uhr mittlerweile hat er jetzt hier. Bevor er die 20 Uhr erreicht, würde ich sagen. Was ist das? Von meiner Seite aus. Wie sieht es bei euch aus? Wie ist eure Ausbeute? Habt ihr einen 100er bekommen? Habt ihr ein gutes bekommen? Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Schreibt es in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin. Peace out, Vorhaut. Guckt mal, wer da noch ist. Euer Adi-Schatz. Adi-Schatz. Alles Gute? Der hat hier auf der Tastatur rumgemacht. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber ihr habt es bestimmt gehört. Also, bis zum nächsten Mal und ciao. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020